Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Hier sind Mimi und Kathi. Und Mimi hat mal wieder eine YouTuberin für uns gemalt. Und ich glaube, diejenigen, die sie kennen, werden sie auch auf jeden Fall sofort erkennen. Das ist Melina, also Melina Sophie. Und jetzt sehen wir, wie Mimi sie gemalt hat. Bis zum nächsten Mal. 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 So, und schon ist das Bild von Mimi fertig. Von Melina natürlich. Das hat Mimi wieder sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Ich finde, man kann es super gut erkennen. Auch die Haare sehen, auch die Haare sehen. Und wo die Haare creating, sonst schaut ihr ja... Sonst abonniert euch. So, wie viel kann es auch war. wieder. Tschüss. Tschüss.